Wenn Sie Mail das erste Mal starten, hilft Ihnen der Assistent bei der Ersteinrichtung. Welche Unterschiede in den E-Mail-Protokollen bestehen oder wie Sie Ihre E-Mail-Accounts richtig konfigurieren, erfahren Sie ebenfalls in diesem Film. Bevor wir das Programm Mail zum Versenden und Empfangen von E-Mails, Notizen und Aufgaben verwenden, möchte ich Ihnen zeigen, wie man es einrichtet. Wenn Sie Mail zum ersten Mal starten, dann erwartet Sie einen Assistent und genau den können Sie auch direkt über Mail-Einstellungen selbst aufrufen. Hier haben Sie unter dem Bereich Accounts die Möglichkeit, mit diesem Plus-Button hier neue E-Mail-Adressen hinzuzufügen, die Sie eben im Rahmen Ihrer Postfächer abrufen möchten. Das ist ein recht selbsterklärende Dialog. Ich muss zunächst meinen vollständigen Namen angeben. Das ist also jener Name, der hier auch als Absender aufscheint bei meinem Empfänger und die E-Mail-Adresse sowie ein Kennwort zum Abrufen dieser E-Mail. Das habe ich jetzt schon mal gemacht und Sie sehen es hier für zwei verschiedene Accounts. Das heißt, ich verwalte in einem Mail-Programm zwei verschiedene Konten. Das erste ist der .mec-Account, der hat das IMAP, das heißt das Internet Message Access Protocol. Dieser Account hat dann bestimmte Informationen, die hier eingeblendet werden. Dies ist nur meine interne Beschreibung, den könnte ich auch umbenennen. Hier vergebe ich dann die E-Mail-Adresse selbst, könnte über diesen Button auch noch zusätzliche E-Mail-Aliance bearbeiten, das heißt zusätzliche Adressen, die praktisch virtuell da sind, nicht eigene Accounts sind, sondern eben auf dieser Video-to-Brain-Adresse weiterleiten. Und den vollständigen Namen, so wie wir es vorher gesehen haben. Unter dem Servername muss dann der Server eingetragen sein, von dem ich meine empfangenen E-Mails abrufen kann. Dieser Server hat hier eine eindeutige Adresse und ist natürlich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort geschützt. Für das Versenden von E-Mails ist ein anderer Server zuständig, nämlich dieser hier unten. Und hier handelt es sich um das Send Message Transfer Protocol, also SMTP. Sie sehen, auch hier könnte ich aus dieser Liste aussuchen. Man kann zum Beispiel auch feststellen, dass dieser SMTP-Server eine sichere Verbindung mit einem Kennwort auch erfordert. Manche SMTP-Server sind noch offen gestaltet, das heißt, das Verschicken von E-Mails erfordert dann keine Benutzernamen und Kennwort-Kombination. Da aber sehr viele solcher Server für Spams missbraucht worden sind, ist es quasi schon der Standard geworden, und dass man sich eben auch fürs Verschicken von E-Mails an diesen Servern anmelden muss. Ein zweiter Account in meiner Liste ist hier der Test-Account. Jetzt, da ich hier umschalte, werde ich noch gefragt, ob ich die Änderungen sichern möchte. Das bestätige ich. Jetzt sehen Sie, dass auch dieser Name neu eingetragen wurde. Und hier habe ich eben einen sogenannten POP-Account. Das steht für Post Office Protocol. Ist eine weitere Variante, die aber nicht so intelligent wie IMAP Ordner auf dem Server anlegt und dann dort auch Dateien zum Beispiel verschieben lässt, sondern einfach nur eine E-Mail-Inbox anbietet und aus dieser Inbox rufe ich dann meine Mails auf meinen Rechner ab, kann sie dann auf dem Server löschen, automatisch zum Beispiel, und dann bei mir lokal organisieren. Bei IMAP ist eben der große Vorteil, dass ich zum Beispiel auch über eine Webmaske Ordner anlegen kann und diese Ordner dann auch wieder gespiegelt werden, hier in meinen Postfächern. Auch hier habe ich die gleiche Kombination aus einem POP-Server und einem SMTP-Server. Wenn Sie sich jetzt ob diese Adressen hier wundern, keine Sorge, das sind Fantasie-Adressen, die nicht funktionieren. Für jedes Postfach habe ich dann auch die Möglichkeit, das Postfachverhalten einzustellen. Das heißt, was möchte ich bei diesem Postfach für den Account dann noch alles nutzen? Und hier zum Beispiel gibt es die Notizen. Ich kann festlegen, ob gesendete E-Mails eigentlich gelöscht werden sollen, ob Werbung, sofern ich sie als solche klassifiziert habe, gelöscht werden soll und wann der Papierkorb denn gelöscht wird. Würde ich also E-Mails hier auf meinem Computer löschen, dann werden diese erst nach einer Woche wirklich vom Server gelöscht. Das erledigt dann das Mail-Programm automatisch für Sie. Und unter Erweitert habe ich schließlich die Möglichkeit, solche Test-Accounts zum Beispiel auch temporär zu deaktivieren oder sie hier beim automatischen Empfang von E-Mails zu berücksichtigen. Das heißt, wenn ich auf diesen Button dann innerhalb von E-Mails klicke, dann werden diese E-Mails von dem Account auch abgerufen. Und hier habe ich eben diese Funktion, nach dem Erhalt der Mail aus meiner Inbox, diese auch wirklich vom Server zu löschen. Wenn Sie eine etwas langsame Internetverbindung haben, dann kann diese Funktion von Nutzen sein. Hier können Sie nämlich festlegen, wie groß eine E-Mail maximal sein darf, bevor Sie eine Bestätigung bekommen, ob Sie denn diese E-Mail jetzt wirklich herunterladen möchten. Wenn Ihnen also jemand einen zu großen Anhang schickt, dann müssen Sie nicht verzweifelt auf Ihrem Mac warten, bis Stunden um Stunden vergehen, sondern können das eben durch diese Beschränkung hier regeln.